komm 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 ja nein nein wie schnell sollen wir denn das hinbekommen ich habe eine idee ich habe eine idee wir können das teil doch garantiert noch mal aktivieren also wir nehmen den jetzt schon mal mit zur seite wechseln und aktivieren ja schnell 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 so zurück 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 oder drücken wir noch mal auf genau das war eine super sache komm 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 haben wir jetzt wieder drüber rüber 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 ja das hat glaube ich nicht gereicht was ist passiert jetzt müssen wir nein verdammt zurück 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 müssen wieder auf die sound jetzt hier achten ja ja und hier hin kommt oh tschuldigung und zurück ist das richtig ich glaube ja oder erstmal hier runter oh nee da ist noch ein gewehr Hä, wie kriegen wir das denn hin? Ah, okay, gut. Ich glaub, wir müssen... Ja, ich hab's, ich hab's. Wir machen das etappenweise. Runter. Ja, oh, schuld, schuld, schuld. Nee, das haut gar nicht hin. Oh, wir hätten weitergehen müssen. Nein. Ach, bin ich klemmer. Okay. Schnell. Lauf, laufen, 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 laufen. Boah, schön. Jetzt? Haben wir eine kleine Erholungspause? Ich glaub nicht. Oh, oh Gott, oh Gott. Nee, haben wir nicht. Boah, zu früh. Boah, was ist das denn hier? Mann. Komm schon. Schön, schön. Oh, danke. Wir machen erst mal gar nichts. Da oben ist was zum Drücken. Das heißt, wir müssen wohl hier irgendwie hochfliegen und dann aktivieren und dann sind wir tot. Ja, schön. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ein bisschen später springen. Na, das war zu früh. Ja, das war zu früh. Es war zu früh. Hab ich mir doch gedacht. Ich hoffe mal, dass es klappt. Oh. Nein. Boah, das klappt mal gar nicht. Iiii. Doch, 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 doch. Nee, das haut so nicht hin. Boah, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wir fliegen mal nach ganz oben. Oh Gott, nach ganz oben wollen wir auch nicht. Was ist da hinten? Geht's da irgendwo lang? Nein. Boah. Boah, Gott. Aber so sterben wir doch. Hey, wo sollen wir denn hier landen? Nochmal. Nein. Ja, schöne Sache. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Ich denke mal irgendwie rechts lang. Aber dann nicht oben, sondern unten. Wenn wir jetzt hochfliegen... Wartet mal ab. Oh, toll. Nichts mit warten. Ein bisschen schwer. Da unten. So. Nein. Ach. Wenn wir das aktivieren, wenn wir runterfallen. Jetzt. Ja. 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 Und was ist das jetzt? Durchbrochen. Was auch immer hier war. Eine Scheibe oder so. Wo fliegen wir hin? Oh nein. Sind wir am Ende? Also am Ende tot oder... Wir wollten noch zu unserer Schwester. Hopferer Junge. Du warst so stark. Du schaffst das. Komm. Was wir alles durchgemacht haben. So viele Knobelsachen haben wir gelöst. Bitte. Steh auf. Öffnet die Augen wieder. Wie zu Beginn. Ich kann nichts machen. Schwester. Wo bist du? Ja. Ich habe hier eine Gänsehaut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Zieh die Glassplitter raus. Ich glaube. Wir können jetzt unsere Schwester holen. Bruder. Bist du hier? Schwesterchen? Hört uns jemand? Hallo? Wir können auf jeden Fall nicht springen. Ach. Ich kann sowieso nichts machen. Achso. Achso. Unsere Schwester. Ist doch schön. Sie hat es alleine geschafft. Durch diese Mörder... Fabrik. Komm. Wir gehen nach Hause. Hallo? Nein! Ich wollte doch sehen, wie die sich umarmen. Och. Schade. Das wäre noch schön gewesen. Aber ich muss sagen. Klasse gemacht. Unglaublich unterhaltsames Spiel. Kostet auch nur 10 Euro. Könnt ihr euch bei Steam kaufen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Drückt auf Gefällt mir. Teilt es. Oder werdet Fan auf Facebook. Beziehungsweise folgt mir auch über Twitter. Und dann... Ja, meine Güter. Holt es euch einfach. Und genießt die Atmosphäre. Wunderschön. Ich habe mich ja richtig oft erschrocken. Oder hier und da. Habe ich vielleicht ein bisschen länger geknobelt als der ein oder andere. Ich habe nachgelesen. 3 Stunden Spielzeit circa. Ich denke mal, wir sind 1-2 Stunden drüber. Aber nichtsdestotrotz fand ich es unglaublich unterhaltsam. Ich freue mich, wenn ihr euch auch meine anderen Videos anschaut. Und dann hören wir uns bei einem anderen Video. Jetzt kommen wieder größere Projekte. Limbo war ja nun so eine kleine Abwechslung. Ah, geht es doch noch weiter? Ah, ne. Das ist Startbildschirm. Okay, Freunde. Dann verabschiede ich mich. Bis bald. Euer Tom Philipp Zenker. Das ist Startbildschirm. Bis bald. Wir sehen uns mal.